Welche Sorgen die Menschen in der Schweiz beschäftigen, das Thema diese Woche im Topfokus, grüßt meine Damen und Herren. Einer der wichtigsten Punkte auf dem Sorgenbarometer der Credit Suisse ist der Umweltschutz. Gerade in Zeiten von extremen Wetterphänomenen wie Schneechaos oder Trockenperioden machen sich die Menschen ihre Gedanken. Was die Leute sonst noch bewegt, im Beitrag von Mirjam Ramseyer. Wenn es so schneit wie heute, wer denkt dann noch an den letzten heiss und trockenen Sommer und an das Problem des Klimawandels? So einige. Dass in der Schweiz nicht nur die Temperaturen ausschließt, zeigt das aktuelle Sorgenbarometer der Schweizer. Auf dem ist der Umweltschutz nämlich die fünfte grösste Sorge von Herrn und Frau Schweizer. Ja, da macht man eigentlich schon ein bisschen Sorgen. Vor allem, weil wir nicht mehr viel Grün haben in der Stadt Zürich. Und weil immer mehr gebaut wird. Ja, auf jeden Fall, dass der Meeresspiegel steigt. Und ja, dass es irgendwie im Winter jetzt gerade nicht, aber im Winter vielleicht kein Schnee an Weihnachten. Das ist schon länger ein Problem. Aber ja, also auch ernste Themen. Das muss man dringend, dringendst angehen. Ja, und ja, das Problem ist, dass man faul ist. Das braucht auch Unannehmlichkeiten. Oder man muss halt ein bisschen mehr laufen oder mit wenig Platz zurechtkommen. Und, und, und. Einfach, ja, den Lebensstil muss man halt ein bisschen anpassen. Genau diesen Ansatz vertritt auch der Klimaforscherin Dr. Knutti, der sich mit der Prognose vom Klima von den nächsten 20 bis 100 Jahren beschäftigt. Dass sich die Leute Sorgen machen über Umwelt- und Klimafragen, ist tatsächlich berechtigt. Die entscheidendere Frage ist, ob sie bereit sind, etwas zu tun und effektiv zu handeln. Im Moment hat man das Gefühl, die Leute nehmen es zwar wahr, sie sagen ja, wir müssen etwas machen. Aber wenn es darum geht, effektiv Massnahmen zu treffen, dann ist Gesellschaft und Politik nicht bereit, die notwendige Durchsetzungskraft zu haben und das wirklich zu machen. Auch wenn der Klimawandel ein globales Problem sei, werden ja die Schweiz künftig mehr betroffen sein. Es wird einerseits heisser, das heisst, Hitzetage und längere Hitzewellen nehmen zu. Starke Regenfälle nehmen zu, das heisst, es kommt plötzlich viel zu viel oben runter. Gleichzeitig ist die Tendenz zum Sommer, dass er trockener wird, als wir im Jahr 2018 eindrücklich gesehen haben. Und natürlich der Wintertourismusabnahme von Schnee. Auch wenn es jetzt gerade im Moment schneit, die Tendenz vom Schnee ist natürlich ganz klar abnehmend. Das heisst, es gibt Auswirkungen in Landwirtschaft, Energie, Tourismus, Gesundheit usw. ganz vielen Orten. Darum sind klare Massnahmen gefordert. Die Schweiz hat wie alle westlichen Länder natürlich ein Problem, dass wir zu einem hohen Fussabdruck haben, insbesondere zu viel CO2 ausstossen durch die Verbrennung von Öl und Gas und Kohle. Langfristig für die Klimaziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat in Paris, muss der CO2-Ausstoss auf Null, und zwar überall. Das heisst, es braucht im Bereich Mobilität, Industrie, im Bereich Wohnen eine vollständige Abkehr von fossilen Brennen und Triebstoffen. Damit aber diese Klimaziele erreicht werden können, bräuchte es von allen Schweizer und Schweizerinnen ein fundamentales Umdenken. Morgen im letzten Teil schauen wir dann an dieser Stelle noch auf das Thema Arbeitslosigkeit. Da gibt es jetzt die Sendung Zoom persönlich. Gute Unterhaltung, eine ruhige Zeit. Auf Wiedersehen. Gute Unterhaltung, eine ruhige Zeitung, eine ruhige Zeitung, eine ruhige Zeitung und eine ruhige Zeitung.